Ich steig ganz normal in die S-Bahn rein, es war in der frühe und es war die S2. Kaum war ich drin, dann hab ich schon gespannt, ich war total außer Rand und Band. Herzrasen, Schweißausbruch, Atemnot, ich steuere an die Wand und ich seh nur noch Rot. Mein Nebenmann, der wollte gleich mein Herz massieren, der andere, der wollte die Notbrems ziehen. Alle laufen zusammen und starren mich so an, ich darf nicht wahr sein, aber ich seh's ja so. Ich hab mein Handy vergessen. Er schaut ihr oft beim Kochen zu, da kriegt der Feier oft gar nicht nur. So wie sie schaut, so wie sie lacht, so wie sie den Schweinsbrann macht. Wie sie die Gnedel dreht und dann sitzen sie beim Essen zusammen. Er tat's gerne anklang, ja, ja, aber die Säfer gar nicht da, da denkt er gar nicht hin. Sie sind ja noch ganz streng per sie, doch wird's ihm klar und immer klarer, er ist ein verliebter Pfarrer. Er ist verliebter, das ist schlimm, in seine Haushälterin. Er weiß nicht, ey und nimm raus, sie wohnen dann noch im gleichen Haus. Ein Kreuz ist eh so oft bei der Nacht, da liegt er oft die ganze Zeit wach. Drei Zimmer weiter, das ist gewiss, da war für ihm das Paradies. Er hält's kaum aus, es packt nark, der Geist ist willig und das Fleisch auch noch stark. Und's werd' ihm klar und immer klarer, er ist, er verliert ein Pfarrer. Also mir hat halt besonders das Bayerische gefallen, weil das ist auch so selten. Und das fand ich sehr gut. Und die Musik natürlich ist klasse. Also ich mag sowohl die Texte wie die Musik, wie die ganzen Arschmörs. Und was mir persönlich auch ganz gut gefallen, ist einfach das Parallel. Parallel, ja. Sie geht schon einmal rauf ins Bett, er geht noch surfen da im Internet. Mit dem Haferl-Kaffee sitzt er vor dem PC und ab geht's, www. Schon ist er drin, weil der Sepp ist kein Depp. Von Eiselfink geht's direkt ins World Wide Web. Wo sind wir denn da? Ah, im Chatroom, so. Da kennen sie ihn schon, weil da ist ja der Joe. Er ist im Chatroom, aber sie liegt im Bett dran. Er ist im Internet und darum kommt er nicht ins Bett. Er ist im Internet und darum kommt er nicht. Und die Elisabeth, die wartet im Bett, ja ganz allein im Bett. Er kommt ja nicht, er ist im Internet. Das Parallel hat mir ganz besonders gefallen, das war so schön. Das ist ja sehr eingängig, das singt man gern mit. Macht Spaß, macht gute Laune. Also von daher, schöner Abend haben wir. Die Orthopäden haben ja einen Riesenzulauf zur Zeit. Die freuen sich ja so über das neue Geschäft. Die haben schon gemeint, sie können nichts mehr verdienen. Aber jederzeit gehen die alle so bucklert, gell. Da entsteht der sogenannte Facebookl. Der Tanzfläche, ja ist es wahr. Da stingen jetzt 10.000 Jahre. Ja brüllend laut, so mängst die Olden gern. Weil's alle nimmer so gut hören. Im Hang-On stopiert der wackelnd Wind. Im 70-Party, ich spült die Band. Survive. Life is life. Na, 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 na. Life is life. Na, 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 na. Ein 80-Jähriger wär ko, der ko. Der bockert grad ein Blutjunge, 70er Rino. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Yes, now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. It will be for you a hard day's night. And you will work like a dog. Go help, I need somebody help. Not just anybody help. You don't need someone 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 help.